Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 149. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Junge, Junge, das war eine anstrengende Woche. Es war viel zu tun auf der Arbeit, war viel unterwegs, hatte viele lange Tage gehabt und es sind einfach zwei Kollegen im Urlaub gerade und deswegen geht es nicht anders. Da muss dann halt ja die Arbeit trotzdem gemacht werden und das bedeutet dann eben, dass, ja, also es lohnt sich einerseits, aber andererseits ist eben auch die Arbeitszeit entsprechend länger und man hat dann im Zweifel auch kein Wochenende. Aber gut, ich will auch nicht jammern. Ich bin einfach nur gerade ziemlich durch und es war einfach auch in anderen Punkten eine etwas schwierige Woche. Zum Beispiel, also was mich kolossal nervt, ist die Nummer mit der Subscribe in Berlin. Ich hatte das letzte Woche schon mal angedeutet, dass ich dann überlege, vielleicht nicht hinzufahren, weil zwar ein Terminfest steht, aber kein Veranstaltungsort. Und habe mich dann also im Reisebüro mal informiert, wie das überhaupt funktionieren kann. Und da hieß es dann so, ja, das gibt da Stornierungsgebühren für den Teil der Reise, der nicht angetreten wird. Und die sind halt abhängig davon, wie lange vorher man storniert. Je weiter vorher, desto günstiger. Und ich wäre halt mit den Stornokosten ungefähr beim Ticketpreis gewesen. Und das wäre jetzt eben immer teurer geworden, je näher ich an die Veranstaltung heran gewartet hätte, sozusagen mit kündigen oder mit stornieren. Und dann habe ich mich jetzt also, weiß nicht, Dienstag oder Mittwoch oder was, habe ich mir entschieden zu sagen, nee, dann bitte stornieren. Jetzt muss ich nächste Woche noch zum Bahnhof und das Ticket umtauschen, hatte ich bisher keine Zeit für. Das ist also noch das Nächste und ich hoffe, dass ich da dann auch einigermaßen günstig bei wegkomme. Ja, und dann bin ich ungefähr wahrscheinlich bei den Kosten, die ich für das Ticket jetzt noch eingeplant hatte, vielleicht ein bisschen drüber. Aber es war eben wichtig, das jetzt zu stornieren, weil die Stornogebühren eben entsprechend höher geworden wären. Naja, es gab aber auch was Schönes. Ich habe mich gestern am Samstag mit Sönke getroffen und seiner Frau Sönke vom Camping-Caravan-Podcast. Weil in Heide beim Camping-Händler war ja irgendwie diese Neueröffnung, hatte ich glaube ich auch erzählt, oder? Wo sie irgendwie so eine Rabattschlacht dann veranstalteten. Und Sönke hatte mich angetwittert, ob ich da hinfahre. Er überlegte wohl irgendwie mit seiner Frau, die wollten einen Ausflug machen, wollten an die Nordsee. Und ob sie dann nach Husum fahren oder nach Heide oder nach Büsum oder irgendwas. Und wenn ich dann irgendwo wäre, könnte man sich ja treffen. Und so haben wir es dann am Ende auch gemacht, haben uns da verabredet, sind beide einigermaßen nicht ganz gleichzeitig, glaube ich, da gewesen. Die waren schon eine halbe Stunde vor mir da. Und da haben wir eigentlich vorgehabt, wir setzen uns zusammen, trinken Kaffee oder irgendwas und schnacken ein bisschen. Und dann geht jeder seiner Wege. Und dieses mal ein bisschen schnacken hat, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden gedauert. Das war auf jeden Fall ein total netter Nachmittag mit den beiden. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten und das war richtig cool und da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ich war darüber hinaus aber ja auch deswegen da, weil ich so eine günstige Alu-Gasflasche für einen Campingwagen haben wollte. Ich meine immer noch, dass ich im Prospekt 55 Euro gesehen habe. Offenbar waren es 99. Ist ja auch egal, habe ich gedacht, weil 99 ist ja immer noch Geld gespart im Baumarkt, meine ich gesehen zu haben. Wir haben 120 der Laden, wo es diese jetzt im Angebot gab. Die haben dann dazu geschrieben, dass man bei ihnen 50 Euro spart. Wie gesagt, wäre ja auch noch günstig gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, dann nehme ich die jetzt. Und das ist das war dann merkwürdig. Also dieser Campingladen gehört zu einem Autohaus, das ist auf der anderen Straßenseite. Und alles Zubehör in dem Campingladen, dafür haben sie eine eigene Kasse, aber die Gasflaschen, da musst du auf die andere Straßenseite zum Autohaus, sie da bezahlen und dann wieder im Campingladen abholen. Keine Ahnung warum, das ist so. Also bin ich da mit so einem Azubi aus dem Autohaus rübergeturnt über die Hauptstraße, natürlich irgendwie keine Ampel, keinen Zebrastreifen, irgendwas. Und dann steht er an der Kasse und sagt, ja, dann sind das 117,98. Und ich so, was? Da steht 99 dran. Ja, 99 sind für die Flasche. Die Füllung wollen sie doch sicher auch haben. Die kostet extra. Und ich so, nö, dann will ich die nicht. Dann kann ich die im Baumarkt kaufen. Das ist dann der gleiche Preis und da fühle ich mich nicht verarscht. Denn das wäre ja gut gewesen, das mit dazu zu schreiben, dass die Flasche leer ist, wenn man sie kauft. Finde ich zumindest. Naja, dann bin ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Was heißt unverrichteter Dinge? Ich hatte ja trotzdem einen schönen Nachmittag mit Sönke und seiner Frau. Das hat sich also insofern doch gelohnt. Naja, mein Wohnwagen steht jetzt seit Freitagnachmittag in der Werkstatt. Die angekündigte TÜV- und Gasprüfung und der Einbau der Bluetooth-Lautsprecher. Das ist also beauftragt und das wird wohl auch was werden. Und vorher habe ich den natürlich bei uns aus der Halle rausgezogen, wo wir den Stellplatz gemietet hatten. Und das war eigentlich ganz nett. Ich habe noch mit dem Vermieter gesprochen, der dann noch Leute akquiriert hatte, denn vor unserem Wagen stand noch ein anderer Wohnwagen, den wir erstmal rausziehen mussten. Und mit denen haben wir uns auch noch unterhalten und fachgesimpelt und hin und her. Und dann kam der Typ noch, weswegen wir aus der Halle raus müssen. Das ist ein Autohändler, der die Halle jetzt gemietet hat, wohl zu anderen Konditionen, bei denen es wohl gar keine Frage war, ob da jetzt nochmal verhandelt wird, ob ich vielleicht mit dem Preis raufgehen will oder so. Witzig war, das ist ein Bekannter von mir, den ich irgendwie, seitdem ich in Heide lebe, kenne. Also jetzt auch schon seit 2012 halt. Könnt ihr selber ausrechnen. Ja, mit dem verstehe ich mich gut, da bin ich auch nicht böse drum. Mein Gott, ist halt so, es ist jetzt sowieso erledigt. Und jetzt muss ich dann nur mal gucken, ob ich noch irgendwo einen neuen Hallenplatz finde. Wenn der im Idealfall funktioniert ist, dass vielleicht sich diese Woche was ergibt, bitte, bitte Daumen drücken, dann könnte ich den nämlich direkt am Donnerstag von der Werkstatt in die neue Halle ziehen, das wäre der Traum. Und wenn nicht, dann muss ich mir halt irgendwas überlegen und weiß ich noch nicht, wo der dann steht. Und ich möchte den so gerne irgendwo trocken untergestellt haben. Ich glaube, das ist besser für das Ding. Mal abwarten, was da funktioniert, ob das funktioniert, keine Ahnung. Also wann die nächste What's in Your Pants Folge erscheint, ist noch so ein bisschen fraglich. Wir haben da irgend so ein mir unklares Problem mit dem WordPress Backend. Ich habe das heute nur erfahren, als ich mit Tobi sprach, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Offenbar, und ich habe es noch nicht getestet, offenbar können wir uns nicht mehr ins Backend einloggen. Also in den Bereich, in dem wir die Beiträge schreiben, in dem wir auch die Podcast-Folgen hochladen und in dem wir alles das tun, was man eben tun muss, wenn man so einen Podcast veröffentlichen möchte, so eine neue Episode veröffentlichen möchte. Die neue soll ja am Dienstag eigentlich erscheinen. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Es hängt von meinen Skills ab, ob ich das Problem jetzt gelöst bekomme. Ja, mal gucken. Vielleicht wird es einfach sich um eine Woche verschieben oder um ein paar Tage. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich werde dann am Dienstag einen Tag freimachen und mich darum kümmern. Ich weiß noch nicht ganz genau, also Tobi hat mir erklärt, wo das Problem liegt. Ich muss mir das erstmal angucken und weiß nicht, wie schnell ich das gelöst bekomme. Ich habe so zwei Ideen, wie es gehen kann. Aber müssen wir halt mal abwarten, ob das tatsächlich funktioniert und wie aufwendig das dann nachher ist. Also es könnte sein, dass am Dienstag keine neue Folge von What's in Japan erscheint und dann kommt sie aber. Also sie kommt, aber sie kommt möglicherweise ein bisschen später. Deswegen sage ich das jetzt schon mal und bitte nicht wundern, wenn ihr nichts im Podcatcher habt. Wenn ihr was im Podcatcher haben wollt, dann empfehle ich euch einen Klick in das WDR Feature Depot. Das ist etwas, da schmeißt der WDR seine sämtlichen Radio Features, die sie in allen fünf Wellen produzieren, einfach kommentarlos rein und veröffentlicht das als Podcast Feed. Das heißt, du hast eine riesen Bandbreite von Themen und Features, die einfach total großartig sind. Echt mal ohne Scheiße. Und ich habe jetzt eins gehört, das hat mich wirklich umgehauen und zwar heißt das Neunstockwerke Deutschland. Da hat ein WDR Autor ein Jahr lang die Bewohner eines Hochhauses in Gladbeck begleitet und hat mit denen gesprochen, hat mit denen zusammengesessen, hat sich mit denen über ihr Leben unterhalten. Und das ist so unfassbar gut, das ist so hammergut, dass dieses Hochhaus ist wie ein kleines Dorf im Vertikalen. Und so diese, da sind so unfassbar viele unterschiedliche Charaktere, die da auftauchen, die Sachen erzählen. Ich kann es hier nicht einspielen, weil es halt irgendwie so eine rechtliche Kiste ist. Ich werde das auf jeden Fall aber verlinken und weil der WDR seinen Podcast Feed nicht im Griff hat, ist das halt, gibt es eben nur den Link zu der MP3 Datei möglicherweise. Ich muss mal gucken, es muss irgendwie anders gehen. Das ist extrem cool und das ist eine Produktion von 2010, die jetzt nochmal veröffentlicht worden ist, weil nämlich am 26. März, also am kommenden Sonntag, wenn auch Jörn Schaas feiner Podcast Folge 150 erscheinen wird, dann kommt nochmal eine Folge, wo derselbe Autor in dasselbe Hochhaus gegangen ist und nochmal was gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, was da von denen noch kommt. Das ist auf jeden Fall eine echte Empfehlung, wenn nicht den ganzen Feed zu abonnieren, dann zumindest mal diese eine Folge zu hören. Das ist unglaublich toll gemacht und auch wahnsinnig witzig. Es gibt da so eine Stelle, da redet er mit einem Typen und der sagt, Zitat, die Familie von meiner Ex-Frau, das waren alles Kriminelle und ich wollte denen zeigen, dass ich was Besseres bin und habe zwei Banken überfallen. Da habe ich mich schon mal abgerollt vor Lachen und dann hat er irgendwie, das ist wohl gut gegangen und sie haben ihn nicht erwischt und dann hat er sich von seiner Frau getrennt und dann hat ihn sein Schwager angezeigt. Und deswegen sitzt er jetzt fünf Jahre im Knast und war nur bei dieser Produktion dabei, weil er halt Freigang hat und dann darf er bis 21 Uhr draußen bleiben und muss dann halt abends wieder pünktlich im Gefängnis ankommen. Also nur so eine Schoten und das ist total großartig, wie es auch dramaturgisch aufgebaut ist und von witzig bis ernsthaft und Mitleid ist komplett einmal alles dabei. Also absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Mehr fällt mir für heute nicht ein, ich trinke jetzt noch mein Bier aus und dann werde ich mich mit Schnitt und Hochladen beschäftigen und dann ist echt dringend Zeit für im Bett. Denn morgen ist wieder viel zu früh Dienst und vor allen Dingen ist morgen auch noch ein Tag. Um den kümmere ich mich jetzt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Macht's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Jörn Schaas feinem Podcast Episode 145. Der Überraschungsfolge. Tschüss.